Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers, hier bei Jannik und Oli, sorry, ich weiß, das war dein Part, deswegen darfst du das nächste Mal zweimal machen. Nein, es geht nicht, geht nicht. Leute, wir haben jetzt endlich diese scheiß Fossilien hinter uns gelassen. Ich muss leider echt sagen, dass mir die Welt bisher am wenigsten gefallen hat, also rein von der Optik her. War ein paar schöne Kletterpassagen, aber es war so alles so wackelig, wackelig, das ist unangenehm zu spielen. Aber es war besser als die Dronen-Levelkacke, die Dronenwelt. Also ja, es war ein bisschen viel loge. Es war einfach ein bisschen nur logen. Ja, aber die waren trotzdem noch schön irgendwie, das war alles so brüchig. Ich habe in der konkreten Welt nichts machen können. Oh, geil. Warte mal, es ist auch die Fabrikwelt. Ja, Fabrik. Bis jetzt noch nicht. Oh, sorry. Oh, ich liebe das, es sieht so toll aus. Kannst du nicht über die ganze Zeit so sein? Wow. Ich sage nichts. Ich sage einfach nichts, ich brauche dich nicht. Okay. Hey, cool. Ich habe so viele reden. Ich sage jetzt nichts. Hey, warte, da hast du doch gewartet, ne? Oh, cool. Ja. Ja. Das ist eine Bananenfabrik. Wo klauen sie dann unsere Bananen, wenn sie in der Fabrik tragen? Warte mal, wo soll ich denn jetzt hin eigentlich? Ja, auf dieses komische, auf diesen Haken da? Ach. Nee. Ich will jetzt was los. Ey, die Musik kennen wir doch. Was will ich denn da wissen? Was denn jetzt, ey? Was soll ich jetzt machen? Okay, ich habe einen Schildbrick. Ich kann es mal ruhig sprengen, oder? Ich weiß nicht. Oder? So. Klack. Oh Gott. Ja. Komm, gibst du gern. Komm schon, wir sagen. Oh, ich will. Ja, ich will. Ja, ich will. Okay, später. Ey, das ist geil. Okay. Was ist das denn? Ist das das eins dieser neuen Pokémon? Ja, Schlüssel-Mon. Hausmeister-Mon. Hausmeister-Mon. Schlüssel-Mon, toll. Wir haben es bei dir gemacht. Es gibt doch... Oh Gott! Es gibt doch Rückserste. Oh Gott, da bist du. Ich will dich haben. Es gibt doch wirklich ein Pokémon aus dem Agenda zum Ausende. Neu gibt es. Das ist doch ein Schlüssel-Mon. Ja, aber Mon ist Digimon. Und das ist das meine. Es gibt auch Blackmon, es gibt Seemon. Ehe. 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 Anhand dessen, wie schnell du das realisiert hast, denke ich mal, dass du diese Diskussion schon mal hast. Ja, wirklich. Ja, aber sonst so, okay, er konnte sofort zwei, ähm, im Außen, ne, Außeneffekt sofort zwei nennen und er fliegt uns gerade ein Leben weg. Okay, war das noch? Easy. Ich weiß nicht. Alter, hier sieht man gar nichts. Ich muss die Sache halt enthaken. Alter, lass, bitte, komm her. Okay, komm. Okay, und rüber. Äh, jetzt da. Ich hol's. Ich hol's. Äh, hol das, ja. Dann komm ich wieder hoch. Viel Spaß. Also, okay. Ähm, gehst du zuerst? Okay, warte. Du warst. Oh, das Speicherschwein. Habe ich keine Reden gehabt. Oh, komm mal ein Grüner. Ja, wir haben zwei, oder? Fuck. Verkackt. Warte auf mich, Mann! Toll. Ja, ich verstehe. Darum geht's jetzt einfach weiter. Nein. Oh Gott, komm rüber. Okay, Moment. Nein. Äh, was machst du denn? Ich will nach rechts, ich will nach rechts dazu. Du musst erstmal so, äh, sich abstoßen, bevor er geht. Keine Ahnung, was ist denn da? Was war? Was ist jetzt, Mann? Achso, komm aber hoch. Und vor allem hab ich eigentlich geschüttelt, so dass er Schwung nimmt, aber irgendwie hat ich das nicht richtig kapiert, war in die Wii-Mode, das ist echt... Ja, lauf dich hier auf dem Deck. Ich find's eigentlich ganz geil, wenn ich euch auf dem Deck hab, aber na gut. Auf dem Deck hab ich gesagt. Oh Gott! Oh Gott! Okay, passt. Rüber, 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 rüber. Und rüber. Okay, halt. Geh mich doch lieber auf den Rücken. Shit. Hallo. Und jetzt? Okay, was ist jetzt hier los? Hey, wie soll ich da rüberkommen? Ich knall das mal weg, oder? Aber wir müssen in eine andere Richtung drehen. Du musst hoch, du musst hoch. Ich umrühle das bisschen. Du spaßt. Wir müssen in eine andere Richtung drehen. Siehst du nicht, dass das Ding immer weiter runter geht? Du spaßt. Ich komm aber nicht hoch. Geh auf meinem Deck. Geh auf meinem Deck. Geh auf meinem Deck. Geh bitte auf meinem Deck. Oder so. Wuhi. Ja, ich bin auf meinem Deck. So jetzt. Ne, so klappt's nicht. Hm. Ah. Okay, vielleicht. Das ist gut. Gut. Okay, passt. Gut. Okay. Lass mal, ich mach mal ein Deck, yo. Bleib mal da, bleib mal da. Bleib mal da, bleib mal da. Sorry. Aber ich fühl mich da zu sehr sicherer. Das ist für eine sehr schwierige Sprung. Ja, ich weiß. Die Musik, Alter. Schön Jazz. Genießt du den mal? Okay, so mach ich Jazz. Mit der Parkblüte noch so. Das gibt's nicht. Komm im Dschungel. Das ist echt so. Das ist echt so. Ja, ich weiß nicht. So ein Level zelebrieren für mich. Um das, was das ausmachen. Die Musik. Die Atmosphäre. Das ist verrückt. Keine Ahnung. Oh ja. Wow. Ey, das wollte ich nicht. Man würde nur einmal. Oh, Speicher. Oh Gott. Gibt doch gar nicht so viele. Ey, das wäre der Hammer. Aber das ist es doch schaffen. Das ist ein Ballon. Okay. Oh, yo. Komm da noch mal einer? Ja. Okay. Ich seh's. Stimmt. Ey, verloh mich. Ich hätte die ganze Zeit heulen können. Aber ich weiß nicht wie schon ich da bin. Oh, geh, geh, geh. Geil, geil, geil. Was ist das? Wie geht's jetzt? Und, äh, jetzt gucken. Okay, passt. Das jetzt. Rüber. Springen. Einfach so. Genau. Wir sind da bis jetzt noch gar nicht Game Over gegangen. Wir sind gestorben. Ne, ist immer auch noch. Du hast gestorben. Natürlich. Aber ich weiß nicht, dass wir Game Over waren. Ja, das ist toll. Dann ist das traurig, dass wir da auch stolz sind. Okay, passt. Kann ich da drauf? Ja. Okay. Okay. Vielleicht musst du halt stampfen drauf. Nee, okay. Dann wird vielleicht nicht eingeschaltet oder was. Oh, bin ich gut. Yeah. Voll geil. Zwei. Das war eins der besten Level überhaupt. Und jetzt erst recht. Easy, Junge. Nee, war geil. Das hat Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Okay, Welt. Bleib so. Wir haben alles sauber gemacht. Ja, wir haben doch alles sauber gemacht. Mann, man muss das auch wieder aktivieren. Das hat mich schon bewundert. Ja, das war... 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 Die Schrauben, die bewegen sich. Und das ist einfach nur lustig. Das ist einfach nur lustig sein. Nee. Der Klasse ist kaputt. Das hier fühlt sich wie zu Hause. Was ist das hier? Oh, ein Sekunden. Gutes Weh. Oh, guck mal. Da kann man zerstoff werden. Egal, egal. Warte, ich warte, ich warte. Was ist das? Ähm... Jo, was geht denn hier? Schön für gut. Zack. Ey, cool. Ey, ich konnte so viel machen, weil ich platt war. Kannst du mich wieder retten? Bitte bevor es zu dem Tod ist. Schmeiß mich bitte. Jetzt... Jetzt haben wir die Musik. Aber es ist sehr viel... Komm mal kurz kurz. Weil das... Das können wir eh nicht anpassen. Das ist jetzt schon nur für die Stelle kurz. Für alle Stellen dumm. Wahrscheinlich. Aber da wurde ich es auch schon aufgekommen. Ja, ey. Das ist viel besser. Das war gut, wenn du es aufkriegst. Das war viel besser, also... Okay, kannst wieder weg. Jetzt nicht mehr. Das ist mega. Oh, God. Okay. Das heißt auch Stahlfressen. Also nur diese Fressen. Deswegen müssen wir mich wohl immer brauchen. Oh, God. An welcher Krankheit bin ich gestoppt? An welcher Krankheit bin ich gestoppt? Nein, nein. Das darf hier oben gar nicht sein. Ja, das ist ein Bug. Deswegen gibt es dieses Puzzle auch gar nicht. Da unten ein bisschen Fass. Fällt das denn alleine aus, oder? Nein, das ist schlaff. Das ist Glück. Nein, ging nicht. Der muss erst aufkommen und dann so... Das muss ich machen, ja. Ja, genau so. Ja, genau so. Ja, genau so. Ja, genau so. Wir haben es mal. Bitte noch mal Leben holen. Dankeschön. 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 Ich habe Hunger, Digga. Das ist vegan. So, gut. Dann holen wir uns noch mal ein bisschen Zeug. Oh, shit. Ich muss nicht kurz 28 holen. Voll geil, Junge. Also, es gibt 31 Ballons. Viel den Laden verlassen, Junge. Viel den Laden aufkaufen. Voll geil, Mann. Oh, der Endboss steht. Ja, ne. Garne, Garne, Garne. Starkes in Stammfahren. Mann, ey. Ich dachte, dein Gehre noch schon ziemlich klein. Ne, Mann, geht es darum, noch Matsch. Wie ein Schaap ist. Wie ein Schaap ist. Wie ein Schaap ist. Ey, die Sequenz war gerade vorbei und dann skippest du. Weißt du, das heißt, die Übergangs-Skipp-Sequenz war... Ach, egal. Ach, egal. Oh, das wäre cool gewesen. Oh, das wäre cool gewesen. Also, ich wollte gerade sagen, vor allem sind die einfachsten Gegner, weil diese Krabben da die nach oben machen, ist das viel schwerer. Ja, eigentlich schön. Vielleicht aber machen sie jetzt leichtere Gegner. Ich weiß es nicht. Fast egal. Es soll schwerer sein. Ja, ja, ich tanze hier gerne um Pausenstunden. Das wird feile. Ja. Aber was ist denn dieses Patrick-Grach irgendwie? Irgendwas ändert sich. Irgendwann in einem Arbeitsplatz? Ja. Weil der ist genau so chaotisch. Ich muss immer mal gucken. Mit Bühnen. Mit Bühnen. Bühnen. Ich wollte, ich habe geschüttet. Man kann es leider nicht sehen, aber ich habe geschüttet. Wahrscheinlich nicht deutlich geworden. Das ist ja grobe. Ach, easy. Jetzt gucke ich an, als wäre ich es gewesen. Das war vollkommener schwach gut. Das war vollkommener schwach gut, dass das jetzt nicht geklappt hat. Das hat die ganze Zeit locker geklappt. Es war nur nicht mal geklappt. Aber der geht aber mal eine Sekunde Tür los. Ja. Ja. Mach mal das bei anderen. Mach Spaß. Mach das gerade. Mach das gerade, ne? Ja. Junge, Junge, Junge. Er hat die Anzeige gehabt, ey. Schwer mal. Ich habe ihn in die Hose gebrüht. Kann man mal machen. Huiiii. War hier schnell. Huiiii. Ich habe die ganze Zeit wieder geschüttet. Ja. 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 Ich war früher gejumped. Was? Und jetzt? Auf, auf, auf. Und jetzt. Auf, auf, auf. Und jetzt. Scheiß auf. Scheiß auf. So weit waren wir noch nie. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Boah. Da inzwischen. Boah. Geht das. Geht das. Ja. Also ich eigentlich. Oh. Wow. Wahrscheinlich. Oh Gott. Wahrscheinlich. 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 Vielleicht noch mal rein. Vielleicht noch mal rein. Oh Gott. Oh Gott. Scheiß Huhn. Oh. Oh. Du duck dich da. Du hättest dich da ducken sollen. Oh Gott. Oh Gott. Das war schlecht. Sorry. Guck. Du kannst dich da ducken rechts wo ein Elektro rein. Probier's mal aus. Nee. Versteh's nicht. Du gehst ein wo das Elektro ist. Ah. Ich versteh schon. Schlauer. 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 Sehr schön. Wäre wieder ärgerlich gewesen wenn ich draufgegangen wäre. Okay. Wow. Okay wow. Okay wow. Okay wow. Okay wow. Okay wow. Okay wow. Das ist ein bisschen krass. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube ich warte. Wow. Oder das Brille Tyler. Das ist cool. Was sind wir jetzt hier ey? Wo ist das Festung oder was? Ja. Da 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 da. Na ja das ist immer noch Nintendo. Ah sch. Was soll ich dir sein? so jetzt kommen wir jetzt wieder getrennt gehen nach die fände okay dann wirst du lachen sich nach links warum machst du das ich hast dich zu stellen gegen getrennte wege und schließt in den truppe nach lassen sich doch mit dem ausgehen nachdem geht es nicht gemacht aber nie wieder wirst du einfach so fahren jeden getrennte wege ok ja das problem auch schon seit jahren halt jetzt hat schon mal ein fritz und älter was beim wettel angefangen bitte schießt sich nach hinten was nach hinten schießen du hast jetzt doch gesagt jetzt immer getrennte lege ok aber um das nicht ausreden ja aber ich war auch noch nicht weil ich mit reden da sagt er mich ab sofort und dann weiß ich mal wie macht das und dann gegen die gestorben weil du eine aktion gemacht hat ja das ist war aber wenn du sie auch vor wenn du es gesagt ist und dann war es wieder um deine schuld alles viel länger auf dem rücken bist du sofort und habe ich jetzt eigentlich mich trennt von mir ich habe keine ahnung wie ich da hochkomme ich ziehe da eigentlich mal ah da ist ein reifen ok dann dräng ich mein reifen jetzt halten wir uns aber nicht hier hoch ich komme gleich wieder hoch ich kann nichts machen ich kann nichts machen ich kann nichts machen ich kann nichts machen hey cool hey Janik 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 ok cool wir sind genau richtig fertig geworden dass wir zwei level gemacht haben jetzt wieder diesen haben wir haben es wieder drauf wir haben es wieder mega drauf ich war eine giga mega drauf jetzt ist nächster wir getrieben easy peasy cranky kongs laden alles gleich jungs dann machs gut bis zum nächsten mal bei let's play talking country returns das war 25 bis zum nächsten mal dr du 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 Bis zum nächsten Mal.